Jo, hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailerchen. Ja, man muss ja das Rad nicht immer wieder, wieder neu erfinden. Diesmal ein paar nette Spiegelchen, reiner satirischer Zeitvertreib. Wer ein bisschen schmunzeln möchte, gerne bei VK, Bitshoot, Odyssey und getrailert bei Rumble und dreimal YouTube. Dann vielleicht bis gleich, macht's gut, tschüss.